jo leute was geht ab und herzlich willkommen heute zu einem neuen video ich hoffe euch geht's gut ich darf euch heute ganz herzlich zu einem etwas besonderen video begrüßen und zwar hat lego in kooperation mit harley davidson hier diese lego hd fat boy rausgebracht eine harley davidson fat boy aus lego dies ab dem ersten august auch zu kaufen gibt in einen lego stores und wie ihr wisst bin ich seitdem ich motorrad führerschein habe ein riesiger harley davidson fan mein erstes motorrad war eine harley davidson und ich glaube eines meiner ersten spielzeuge war lego für mich geht es heute mit meinem motorrad nach tschechien dort werden wir in dem video ein lego werk besuchen wo jetzt haltet euch fest es wird nämlich nicht nur diese lego harley davidson gebaut sondern die haben quasi diese fat boy auch noch mal in 1 zu 1 original größe nachgebaut für den release diese werde ich mir dann dort in dem lego werk anschauen ein paar fragen stellen wie die das ganze gebaut haben ich habe mir sagen lassen es sind ungefähr 70.000 steine aus dem die besteht mehrere hundert kilo also das muss was richtig richtig fettes sein wir begleiten dann noch den transport von dem lego werk nach dresden auf die harley days wo wir unglaublich viele motorräder sehen ich werde auch bestimmt das eine andere motorrad fahren dürfen also alle motorrad fans und motor fans und lego fans sind in diesem blog genau richtig ich hoffe ihr habt genauso viel bock denn ich freue mich mega auf diese zwei ikonen harley davidson und lego und ich würde sagen jetzt fahren wir erst mal nach tschechien so leute wir sind angekommen in kladno gestern abend schon heute haben wir den nächsten tag der roadtrip war wirklich richtig richtig gut es war echt schön mal so lange mit dem motorrad zu fahren ich bin noch nie im leben 400 kilometer am stück gefahren und es war echt ein befreiendes gefühl man riecht alles und sovier wie seht ihr auch hatte ich gar nicht gedacht dass sie mitgekommen ist ich bin auch am start natürlich sovier begleitet mich im auto noch ein bisschen das gepäck zu transportieren und sovier hat auch die ehre mich hat noch ein bisschen zu filmen und für uns geht dann jetzt auch gleich auf zum lego werk wo wir die lego hd fat boy in lebensgröße sehen werden und für mich ist es was ganz besonderes weil für mich eigentlich so harley davidson emotionen pur ist und schon immer als kleines kind so ein erwachsenen traum war mal nach davidson zu haben und lego ist für mich auch gleichzeitig so kindheit und ich denke du hast auch als kind mit lego gespielt ich habe als kind auch immer richtig viel aus lego gebaut und ja damals als zehn jahre alt war oder sowas habe ich mit einem kumpel so eine ganze stadt aus lego gebaut und dann haben wir mit männchen so gespielt und mit diamanten so gehandelt und so mit geschäfte gemacht das war mega mega cool also lego ist für mich so kindheit emotionen und harley davidson ist für mich eigentlich eher so erwachsenen ding und das finde ich halt cool dass die das quasi so vereint haben aus lego und harley davidson so ein ding gemacht haben und jetzt freut mich aufs werk super gespannt wie das aussieht ja ich auch noch nie dokumentation da kommt man auch nicht alle tage rein und jetzt würde ich sagen alle tage rein auf geht's rein ins lego werk bis gleich so wir sind jetzt angekommen leute an dem lego werk ihr seht schon im hintergrund hier oben könnt ihr schon lesen lego als ich diesen ganzen komplex gerade das erste mal gesehen habe war ich echt erstaunt wie riesig das ganze ist es ist ein werk mit ungefähr 3000 angestellten hier und hier geht richtig richtig viel ab aber ich würde sagen ich zeige das ganze jetzt mal von innen und hier ist das kleine modell noch mal leute ja hier seht ihr das kleine modell und vielleicht fällt es euch schon auf wovor ich gerade stehe und zwar vor dem großen lego modell in lebensgröße ich finde es also ich bin wirklich begeistert gewesen ist es gesehen habe schaut richtig krass aus und ich finde es richtig heftig wie die es geschafft haben so diese wenn ihr mal schaut wie es geschafft haben so diese rundheit hinzubekommen von allen es schaut unglaublich hammer mäßig aus und das ist ja eigentlich so der grund warum wir hier sind um das modell dann gleich noch mit zu transportieren und ich möchte euch mal ganz kurz den kopf hinter der ganzen sache vorstellen wer das ganze designt hat das wird auf englisch sein weil hier nur englisch gesprochen wird wir sind in tschechien und ich darf ganz herzlich begrüßen ich bin hier blu bohr hi blu bohr ist so you have a chef designer of the model of the bigger model i was design lead on this model yeah and maybe you can tell me some some short facts about the that building like that model so it took us 1200 hours to design and develop this wow and another 800 hours to build it wow the full team was about 25 people on this one so 25 people two thousand hours in total yeah and for that you actually get one to one replica of harley davidson compete with light and sound effects that translate to about 70 000 pieces that we have to put together 70 000 bricks you can say 70 000 stück leute habt ihr das gehört 70 000 stücke sind da drin visa most of the pieces of the bricks are like normal regular yeah incredible so you get paid for playing with lego bricks almost yeah almost yeah it's actually hard work and i'll show you that later on okay you have schon gehört also wir gehen gleich noch in seinem büro und er zeigt uns vielleicht noch ein bisschen was was so hinter den kulissen abgeht but before we come to that i would like to know why is the factory in cladno so lego has been in cladno for almost 20 years we cannot celebrate 20 years next year wow so quite a long collaboration and central europe is a great location for for lego it's uh because this is the packing factory so we don't mold the brakes here we don't create the bricks themselves we create the final boxes you can buy yeah and it's uh close to everywhere from here so uh if you order your christmas set in germany that's it was made here next door what were the main difficulties uh with building the harley davidson the life size model so we wanted to go crazy with detail but we can't go too crazy right because bricks have like definite sizes and dimensions so we have to carefully adjust for what's actually possible with bricks and uh what has to be for example a sticker or what have what we have to leave out but i think we might restore out the balance quite nicely in the end you did it really did one last short fact do you know the weight of that one it's about 500 kilos including the podium and the steel side so that would be a good workout to lift that yeah definitely try it better not okay so now we have a it's kind of a thought in also i would sagen wir gucken jetzt mal hoch in seinem büro das würde mich mal tierisch interessieren wie man so ein ding designt und wie das ganze vorangeht für mich persönlich ist es hier unglaublich das mal alles zu sehen wie einfach so lego modelle gebaut werden die sind leute die basteln überall rum jeder baut hier irgendwas erwachsene menschen die hier sitzen und lego teile zusammen das kann man sich gar nicht so vorstellen das ist wirklich ich habe mir das habe ich mir das davor schon krass ausgemalt aber wenn man hier ist dann ist man wirklich begeistert und hier sind noch einige sachen die ich nicht nicht zeigen kann weil es noch top secret ist aber dieses modell hier einfach nur top notch very very good work thank you very much happy like okay and now jetzt geht's auf ins büro so jetzt sind wir in büro angekommen hier wo so die ganze magie passiert und hier seht ihr auch schon im hintergrund so ein computer an dem das ganze gemacht wird was für like the main thing you're doing or you were doing for this project and how is it done i'm not just playing with bricks i'm most of the time using our in-house software that's called brick builder and i'm building with bricks in digital so i'll be adding and painting and you can see this is the database of all the elements i have available and my job is basically to select the right one for the shapes i'm trying to recreate thanks for for your time thanks for answering my questions my pleasure jetzt würde ich sagen wenn wir das ganze bike verladen das ist anscheinend noch eine ziemlich ziemlich heikle sache denn wir wissen nicht genau wie das ganze klappt und ob das ganze auch halten wird aber ihr werdet es jetzt sehen bis gleich so leute und wir haben ein kleines problem also genauer gesagt sogar ein etwas größeres problem wie der zufall es wollte ist genau heute der heißeste tag des jahres der plan war dass wir diese schöne harley davidson hier hinter mir in dieser box transportieren das bedeutet dass dieser pick up quasi das ding gezogen hätte und wir dann auf der autobahn schön in diesem kasten hier das motorrad gesehen hätten so und das problem das jetzt haben ist das natürlich bei der hitze in so einem kasten das ziemlich 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 heiß wird und die lego hardy fat boy in lebensgröße ist geklebt worden das heißt die steine sind zusammengeklebt worden und bei der hitze könnte sein dass der kleber weich wird und es besteht ein kleines risiko dass dann vielleicht sich was verformen könnte oder auch nur irgendwas kaputt gehen könnte was wir natürlich auf keinen fall möchten aus diesem grund werden wir es wahrscheinlich jetzt nicht in der durchsichtigen box transportieren sondern hier in diesem schwarzen wenn sehr sehr schade aber kann man nicht ändern wie war das im letzten video when life gives you lemons drink coffee das ding ist eingeladen ist jetzt im schwarzen wenn und jetzt geht es gemeinsam nach dresden in die nähe von dresden wo wir das ganze abstellen werden morgen haben ist dann noch mal ab jetzt genießen wir noch ein kleines bisschen hier die fahrt bei dem schön wetter 150 kilometer road trip time steht an bis gleich Nach gut zwei Stunden Motorradfahrt sind wir dann angekommen in Dresden, wir haben ins Hotel eingecheckt und es uns gemütlich gemacht, noch etwas zu Abend gegessen und jetzt fahren wir auch fix und fertig ins Bett. Morgen holen wir dann das Bike ab und dann geht's ab auf die Harley Days. Ich freue mich mega, wir sehen uns. So Leute, wir haben den nächsten Tag, jetzt wird das Ding transportiert. Wir haben jetzt ungefähr 11 Uhr, wie ihr sehen könnt, wurde hier schon mit Ventilatoren wieder frische Luft reingemacht, weil es heute wieder verdammt warm wird und es darf einfach in der Box nicht so heiß werden, sonst wird das mit dem Kleber vielleicht ein bisschen grenzwert, das wissen wir nicht. Wie auch immer, jetzt wird das Ding auf jeden Fall transportiert zu den Harley Days. Bestimmt eine legendäre Fahrt mit den Dingen jetzt hinten dran und auf geht's. Leute, ihr seht's, wir haben es geschafft. Es fällt jedem ungefähr so ein Stein vom Herzen. Es war so knapp, einfach nur, obwohl das Ding in der Früh verladen wurde bei Schatten und so weiter, hat es schon wieder 60 Grad drin. Es waren noch so ein paar Hügel, wo wir noch rüberfahren mussten, ein paar Buckel. Hinter mir seht ihr auch schon den Stand, wo wir jetzt die nächsten Tage verbringen werden, wo das ganze Ding stehen wird. Und ich weiß nicht, ob man es schon im Hintergrund sieht, hier stehen auch überall Wunder, 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 Wunderschöne Motorräder rum. Ihr seht hier schon so ein paar richtig schöne Bikes und ich denke mal, ich hab mir da auf jeden Fall noch heute Morgen oder übermorgen mal so ein Bike schnappen und mal ein bisschen rumfahren. Vielleicht noch eine kleine Challenge machen. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall hier noch ordentlich umgeschaut. Es ist echt ein richtig cooles Festival. Die Leute sind alle so lässig. Ich fühle mich hier echt pudelwohl. Hier gibt's Kaffee. Alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Wir haben jetzt 5 Uhr nachmittags. Wir sind noch ein bisschen kaputt, weil der Trip ja schon ein bisschen anstrengend ist auch. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir jetzt das Heimpacken und uns eine kleine Auszeit gönnen. Morgen sind wir wieder hier am Start. Wir haben uns auch ein paar lustige Challenges schon überlegt. Ich bin überlegen, ob ich morgen an einem Armdrück-Contest teilnehmen soll hier. Und ich bin mal gespannt, ob ich das pack. So Armdrücken gegen so eine Biker-Crew oder sowas. Es sind schon echt einige breite Jungs hier am Start. Also werden wir auf jeden Fall dann sehen. Also in diesem Sinne bis morgen. Morgen. Genau. Ciao. Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zum neuen Tag. Das Wetter ist immer noch grandios. Heute ist noch ein bisschen mehr los als gestern. Und bevor es zum Armdrücken geht nachher, ich habe mich da schon erkundigt. Das wird krass. Also ich habe dann erfahren, dass ihr dafür gestimmt habt, dass ich es auf jeden Fall machen muss. Und der Wettbewerb findet auf einer Bühne vor allen Leuten statt. Das wusste ich nicht. Es wird auf jeden Fall lustig. Hinter uns seht ihr das lebensgroße Modell, der Lego HD Fatboy. Und wir haben hier noch ein kleines Miniatur-Modell, wo man quasi, das kann man zusammenbauen. Das sind glaube ich 90 Teile. Und das ist so make and take. Das heißt, jeder der hier ist, kann das einfach für sich zusammenbauen und kostenlos mitnehmen. Und Sophie und ich haben uns gedacht, wir machen das eine Challenge. Sie gegen mich. Wer schafft es, diese 90 Teile schneller zusammenzubauen? Hier seht ihr schon mal so, liegen die alle. Das ist jetzt mal für ein Bike. Und hier ist die Anleitung. Challenge, du gegen mich. Mal schauen, wer gewinnt. Und ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1, go! Hier habe ich alles richtig. Und dann kommt das hier und dann hier 1 mit 2. Du hast das Teil auch nicht, sonst fehlt ein Teil. Dann besuch's dir. Dann hol's dir. Okay. Also ich habe jetzt schon mein Lenkrad dran. Wie schaut's bei dir aus? Ich nicht. Du nicht? Oh! Freu dich nicht zu früh. Hochmut kommt vor dem Fall, oder? Ja. Jetzt habe ich mir mein Radwagen besorgen, was du mir geklaut hast. Ich habe nichts geklaut. Ich muss dir selber ein Rad besuchen. Oh, fuck. Wie hättest du das denn gemacht? Hey! Ah, ah, ah! Wie hast du das gemacht? Ja, hast du das gemacht? Tja. Ah, okay. Ich glaube, aber... Es gibt ja so diese Theorie, Leute, dass Männer besser so dreidimensional denken können. Deswegen können wir auch besser einparken. Warte mal. Hä? Also wenn ich jetzt verliere, dann habe ich echt eine große Klappe. Da muss ich mal schauen. Doch! Da wird nicht geguckt. 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 Lass mich hier wenigstens so ein Prohr arbeiten. Wieso? Ich komm nicht mehr an mein Zeug ran. Komisch. Ich bin fertig. Ach, schmarrn. Du bist fertig? Ja. Ja. Aber ich habe zu viele Teile. Viel zu viele. Ich habe mich andauernd als Sieger gefühlt. Aber so ist das halt, oder? Ich habe es doch gesagt. Wer baut bei uns mal die Kiermöbel zusammen? Es hat sich gelohnt. Oh Mann. Wir haben jetzt... Wie lange haben wir gebraucht? Ich glaube, 20 Minuten ungefähr. 20 Minuten für 90 Teile gebraucht. Also da hinten stehen 70.000 Teile. Das kann man sich mal vorstellen, wie lange das dann dauert. Ich kann dir da jetzt noch zu Ende bauen. Das ist nett von dir. Ich bereite mich in der Zeit schon mal auf das Armdrücken vor. Und dort sehen wir uns jetzt. Ich bin gespannt, was man da über die Technik lernen kann. Man will ja auch als Fitness-Youtuber nicht so gern gegen so Halli-Davidson-Fahrer verlieren. Also deswegen, ich schaue mir jetzt noch ein bisschen was an und dann sehen wir uns gleich. So. Also hier kriege ich jetzt erstmal die Technik beigebracht, wie es beim Armdrücken funktioniert. Wie heißt du? Kevin Wolf. Hallo. Kevin Wolf. Du bist aus einem Armdrückverein, oder? Ja, ich bin der Präsident vom Deutschen Armdrückverband. Ach du heilige Scheiße. Da haben wir ja gleich den richtigen Profi hier. Diese Seitwärtsbewegung, die du jetzt wahrscheinlich gemacht hättest, hätte ich jetzt nichts gesagt. Die kannst du komplett vergessen. Armwrestling bezieht sich darauf, dass man wirklich hier oben die Hand vom Gegner erstmal ausschaltet. Und was man dazu macht, ist, man zieht nach hinten und versucht die Hand vom Gegner umzubiegen. Okay, also das wäre jetzt in dem Fall dann bei mir so. Genau, wie ein Hammer-Curl, nur dass man die Hand noch mitdreht. Hammer-Curl kennst du ja. So. Einfach praktisch. Anstatt einfach nur die Hand so nach hinten zu ziehen, gleichzeitig noch drehen, deinen Körper fallen lassen und die Hand ablegen. Müsst du noch irgendwas sagen, Julian? Hast du letzte Worte? Ja, wir wehren uns jetzt gerade noch auf. Also wir sind sechs Teilnehmer. Sechs Leute, die sich für das Finale qualifiziert haben. Die Konkurrenz ist stark, würde ich mal sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ganze mit. Oh, was habe ich mich denn noch eingelassen, ey. Jetzt gucken wir mal, ich gehe mal ab auf die Bühne und dann, äh, das ist Doppel-K.O. Das heißt, man muss zweimal verlieren, dann ist man raus. Äh, nicht wie in der Kneipe anrücken, sondern wir machen das ein richtig sportlicher Wettbewerb. Jetzt geht's. Ach, das war mal mit. Genau, danach gibt's praktisch einen Neustart. Gefährdlich Hitler und Zürich stehen faul. Und? Ja, genau. Okay, nächste Kampagne gegen Michael Huy. Markus Oben gegen Florian Franklin. Das ist jetzt zweimal verlieren. Ja, ready, go. Jawoll. So, Rutschung gewonnen. Erster Siegung für Julian Franklin. Sollte Julian diesen Kampf auch noch gewinnen, ist er praktisch aus der Verliererrunde der ersten Mal draußen und darf sich dann mit den Gewinnern der ersten Runde nochmal messen. So, Athleten haben ihn ausgerichtet, genau. Ready, go. So, Rutschung gewonnen. Julian Franklin, hält sich zurück. Ist der Verliererrunde wieder raus. Julian! Julian hat natürlich ein straffes Programm heute. Wer als erster praktisch verliert. Guck auf deine Hand. Genau. Einmal noch Handshake natürlich, sportliche Fairness. Ich glaube, das war's dann jetzt. Auf jeden Fall sehr geil gewesen. Sehr geil. Krasse Scheiße, ey. Alright, Leute. Ich weiß gar nicht, wer ich jetzt gewonnen bin. Von sechs. Dritter? Dritter Platz bin ich geworden. Von sechs. Passt. So, und jetzt würde ich sagen, wir genießen noch ein bisschen den Abend. Ein paar Eindrücke. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Hier. Und da steht nochmal was richtig schönes an. Eine geile Parade mit dem Lego Bike. Für euch gibt's noch ein paar Eindrücke jetzt. Geil. Geil. Petersin. Wetter. Gäste. Des ra nah, Aubrey. Geil. Geil. Ja. Der neb Nein, accus. Viض часовangan. So Leute, wie ihr seht, wir haben ein neues Bike, vielleicht fällt ihr irgendwas auf. Das hier und das hier. Was jetzt ansteht, ist die Parade, das ist das Highlight des Events. Da sind so ein paar hundert, vielleicht sogar 1000 Biker, die jetzt hier lang fahren. Ich fahre ganz vorne mit, mit dem Ding, was ich von HL Davidson zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das ist die Fat Boy. Das werden noch ein paar schöne Bikes zu sehen sein. Ihr gebt noch ein paar Impressionen und dann ist das das Highlight. Richtig geil. Hoffentlich geht alles gut. Wetter spielt auch mit. Rock'n'Roll. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Da steht das gute Bike jetzt wieder Leute, ich habe jetzt noch mal meinen Bike hier eingesammelt. Das war so ein geiler, geiler Trip, guck mal kurz mit. Ihr könnt euch nicht vorstellen wie krass emotional das war, ich habe so Gänsehaut bekommen, da standen hunderte Biker, jeder macht so gleichzeitig seine Maschine an, man spürt nur das Vibrieren im Brustkorb von den Motoren, wirklich unbeschränkt, ich habe fast die ganze Fahrt Gänsehaut gehabt und ich war auch froh, dass wir jetzt nicht so viel gefilmt haben, weil ich wollte es einfach nur genießen, eine Stunde Fahrt, das war jetzt ein perfekter Abschluss noch von diesem ultimativ krassen Roadtrip, der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Du hast mich ein bisschen begleitet, wie hat es dir gefallen? Mega entspannt, also die Leute hier sind echt super chillig drauf und es hat uns total gut gefallen, wir haben uns mega wohl gefühlt. Ja, da muss ich Sophia voll recht geben, also die Leute hier waren die entspanntesten, die man sich vorstellen kann, die Stadt Dresden ist mega schön, Tschechien, die Landschaft war ultra schön, es war ein so toller Trip, ich möchte mich da ganz herzlich bei Lego bedanken für die Einladung und ja Leute, wie gesagt, ab 1. August könnt ihr dieses Modell hier im Laden kaufen, ich würde mir das auf jeden Fall da einem hinstellen, ich finde das ultimativ cool. Dann hoffen wir natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat, im Hintergrund seht ihr es, wir verabschieden uns dann von den Harley Days Dresden, das war mal ein etwas anderes Video, in diesem Sinne lasst gerne einen Daumen da auf das Video, das war viel Arbeit und ich hoffe, es hat euch gefallen, wir packen uns wieder heim nach München, oder? Oh ja! Da ist das nächste Video, wir sehen uns, tschau Leute!